Voraussagen und Instruktionen von Jesus Teil 4 Ereignisse, Entrückung, Trübsalszeit Ermahnungen zur Umkehr und was geschehen muss Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire Wenn ihr mich liebt, werdet ihr mir gehorchen und entdrückt werden Vom 17. November 2015 Jesus sagt, während ihr also durch diese Jahreszeit voranschreitet Haltet ein Auge auf eure wandernden Gedanken Die versuchen einen Sinn zu finden in dem, was geschehen wird und wann Vielmehr erfüllt meine Worte an euch Aufmerksam zu sein für die Bedürfnisse jener um euch herum Ihr seid strategisch an einen wichtigen Ort gesetzt Nutzt jeden Moment, nicht für sinnlose Spekulationen Sondern seid gehorsam und lindert das Leiden um euch herum Und segnet jene, die weniger glücklich sind wie ihr Als ich hungrig war, hast du mich gefüttert Als mein Auto nicht startete, hast du mir geholfen Als ich auf dem Eis ausrutschte, kamst du, um mir zu helfen Denkt daran, von Augenblick zu Augenblick und von Tag zu Tag Seht ihr jene hungrige, obdachlose Person, die in einem Gang sitzt und versucht, sich warm zu halten? Bringt ihr etwas Warmes zu essen? Verbringt Zeit mit ihr? Segnet sie in meinem Namen Seht ihr eine alleinstehende Mutter, die sich abmüht mit ihren Einkäufen, um sie von ihrem schneebedeckten Parkplatz ins Haus zu bringen, mit ihren Kleinen neben ihr? Leit ihr eine Hand, scheut keine Mühe und schaufelt den Schnee von ihrer Einfahrt Seht ihr jemanden, der vergeblich versucht, sein Auto anzulassen, um zur Arbeit zu gehen? Geht und leiht eine Hand Brauchen sie eine Batterie? Habt ihr Bares? Geht und kauft eine neue Batterie für ihr Auto Seht ihr euren Nachbar, wie er in der Einfahrt stecken bleibt? Geht und streut Salz vor die Reifen und stösst sie an Dies ist, was ich meine, diese Gelegenheiten sind überall um euch herum Ich habe dafür gesorgt Ich mache euch jetzt dieses Versprechen Wenn ihr mich liebt, werdet ihr mir gehorchen Und ihr werdet euch nicht mehr länger über eure Bestimmung oder die Entrückung Sorgen machen müssen Ihr werdet mir ähnlich sein Und ich werde euch zu mir holen Auszug aus der Botschaft des Herrn Anklär Wen ich entdrücke und wen nicht Vom 4. März 2016 Jesus begann Ich will hier etwas klarstellen Es ist nicht die Grösse, noch die Wichtigkeit eines Gefässes Sondern die Vollständigkeit, mit welcher es mir gibt Wenn es sein Alles gibt, gebe ich mein Alles Ob es mein Alles fassen kann oder nicht, ist nicht wichtig Alles, worauf es ankommt, ist, dass es komplett mir gehört Ist das nicht wunderbar? Das ist es, Herr, es ist grandios Wie Mutter Teresa sagte Gott mag die kleinen Dinge am meisten Das ist eine Garantie Und Gott schaut auf die Kleinheit des Herzens Nicht die Kleinheit des Dienstes und Wirkens Wenn du verantwortlich bist für das Füttern von so vielen Menschen Muss ich dir immer mehr übermitteln, um die Nachfrage zu decken Aber das bedeutet nicht, dass du gross geworden bist Vielmehr bedeutet es, ich wurde gross durch dich Und je kleiner das Gefäss, umso mehr Ehre bekomme ich Dies ist, wie es sein sollte Herr, was ist mit jenen, die in letzter Minute errettet werden? Viele Menschen stellen mir diese Frage Sagte ich nicht, dass sie die gleiche Belohnung empfangen würden wie jene Die am Anfang des Tages angeheuert wurden? Aber ich dachte, dass sich das auf jene bezog Die für dich gearbeitet haben Und jene, die auf ihre Chance warten, von dir angeheuert zu werden Wie wir Claire, in meiner unergründlichen Barmherzigkeit Kann ich den jüngsten, aufrichtigen Konvertierungen Das Geschenk der Entfernung von diesem Planeten nicht verweigern Wenn sie ihr komplettes Selbst mir übergeben haben Mit vollständiger Reue Dann werden sie auch genommen sein Aber es muss aufrichtig und komplett sein Jene, die immer noch auf dem Zaun wandeln Werde ich nicht nehmen Jetzt werde ich dir sagen, wer besorgt sein sollte Jene, die mich kannten und wussten, wozu ich sie gerufen habe Und dann trotzdem ihrem eigenen Fleisch und ihrem eigenen Willen folgten Jene, die keine Zeit und kein Geld hatten für die Armen Sondern lieber ihr Geld sparten, um es für ihre eigenen Annehmlichkeiten Und ihren Plunder auszugeben Als ich dich vor sieben Jahren warnte, war es mir ziemlich ernst Du warst am Abgrund Und du musstest dich meinem totalen Willen ergeben Als du den Ernst deines Zustandes realisiert hattest Tatest du Busse und batest mich Dir zu helfen, jene dummen Dinge hinter dir zu lassen Aber einige meiner Kinder waren über Jahre hinweg Christen Und spielen immer noch mit ihrem Weg Sie ahnen, dass sie am Rande stehen Denken jedoch, dass meine Barmherzigkeit ihre Nachlässigkeit zudecken wird Nein, meine Kinder Meine Barmherzigkeit ist nicht für jene, die mich hingehalten haben Sie ist für die Verlorenen, die mich niemals gekannt haben Und für die Schwachen, die bei jedem zweiten Schritt straucheln Jene Schafe, die gross und stark sind Aber immer noch keine Zeit haben für mich Werden zurückbleiben, bis sie perfektioniert sind In Nächstenliebe, Ehrlichkeit und Hingabe gegenüber mir Für sie gilt es, eine Entscheidung zu treffen Vielen von ihnen waren sehr grosse Gnaden gegeben Aber sie nutzten sie egoistisch Selbst im Glauben häuften sie Reichtum, Popularität und Einfluss an Sie haben die Gnade weltlich genutzt, um wie Könige leben zu können Was ist mit den wirklich wohlhabenden Lehrern? Jene, die ihre Herzen in meine Hände gelegt haben und ihr Bestes gaben, mir zu gehorchen Sie werden genommen sein Noch einmal, es ist nicht Wohlstand, Reichtum und Macht, was disqualifiziert Vielmehr ist es ein lauwarmes Herz Ein Herz, das nicht betrachtet hat, was ich durchlitten habe für sie Und wie ich sie gerufen habe, sich mir zu opfern Dies sind jene, die wie der reiche Jüngling sind Welcher sagte, ich habe viele Besitztümer Und ich sage zu ihnen, ihr seid wirklich arm, weil ihr mich nicht besitzt Dies sind jene, die besorgt sein sollten Ich habe ihnen oft zugerufen Sie hatten reichlich Chancen, sich selbst zu leugnen Und ihre Kreuze auf sich zu nehmen und mir zu folgen Aber sie waren komplett eingenommen von ihrer Popularität bei den Menschen Und aus diesem Grund werden sie zurückgelassen sein Jene, die im letzten Augenblick errettet werden, weil sie gebrochen sind Von ihrer Sturheit, mich zu leugnen und hinzuhalten Und meine königliche Herrschaft in ihrem Leben zu akzeptieren Wenn sie komplett treumütig sind in ihrem Innersten Werde ich sie nehmen Eines deiner Kinder könnte in jener Gruppe sein Ich habe es dir zuvor gesagt O Herr, bitte mach das Bitte, Herr, sie ist eine wunderbare Seele Ich bete, dass sie an der Entrückung dabei sein kann Es ist das erste Mal, wo ich sehe, dass du an sie glaubst Mach weiter, mich anzurufen Stehe bei mir, Claire Stehe Denk daran, ich bin barmherzig Manchmal machen unsere Kinder törichte Fehler Weil sie immer noch Kinder sind Und nicht denken und sehen wie Erwachsene Sie sehen die Welt wie ein Glas voller Süssigkeiten Jede anders und verlockend Sie sehen ihre blinden Punkte nicht Und der Feind hält sie natürlich blind Gegenüber der Wahrheit Da gab es Momente der Wahrheit in ihrem Leben Wo sie über jene Dinge nachdachte Da gibt es eine Chance für sie Bete weiter Aber zum Rest meiner erwachsenen Christen sage ich Betrachtet eure Wege Habt ihr wirklich für mich gelebt Und meinem Ruf geantwortet? Oder habt ihr eure Annehmlichkeiten bevorzugt? Schätzt ihr mich genug, um für mich zu sterben? Oder werdet ihr weitermachen, wegzulaufen und sie zu schützen? Für euch wird eine Zeit kommen Wenn ihr gezwungen sein werdet, vom Zaun herunterzukommen Seid euch bewusst, dass diese Zeit bevorsteht Und eure Ewigkeit steht auf dem Spiel Denkt ihr, dass Christsein dem Namen nach Euch erretten wird von der Hölle? Bitte denkt noch einmal nach Gott wird nicht verspottet werden Über mich wird man sich nicht lustig machen Entweder seid ihr heiss oder kalt Der Lauwarme wird durchs Feuer gehen Und nur errettet sein Wenn er sich in erster Linie an mir festhält Und nicht an seinen Kindern Seiner Familie Seinem Job Oder an seinem Leben Jenen, für welche meine Bräute gebetet haben Wird die Chance geschenkt sein Im Innersten berührt zu werden Und Busse zu tun Von ganzem Herzen Und dann werde ich sie entrücken Jene, welche diese Gnade vergeuden Wehe zu euch Ihr werdet zurückgelassen sein Um dem Feuer gegenüber zu treten Nicht alle werden die gleichen Belohnungen Empfangen im Himmel Nicht alle werden sich in Willen zurücklehnen Einige von euch werden glücklich sein Eine Hütte am Rande zu haben Trotzdem werdet ihr glücklich sein Weil ihr Gerechtigkeit erleben werdet Und ihr werdet euer Schicksal akzeptieren Mit grosser Dankbarkeit Nun hoffe ich, dass dies viel Für euch und all meine Geliebten klärt Ich wünsche, dass niemand zurückgelassen sein muss Um die Trübsalszeit zu durchleben Aber jene, die reulos und stur sind In jenem Moment besuche ich mit Gnade Jedoch wird die Trübsalszeit zu durchschreiten Und vielleicht mehr Tierertum zu erleiden Eure einzige Chance sein Um für immer gesegnet zu sein im Himmel Mit mir Aber auch zu euch sage ich Bezweifelt niemals meine Gegenwart In eurem Leben Und mein Bestreben euch zu vergeben Ich bin immer mit euch Und warte auf jenen Moment Wenn ihr das Ausmass eures Zustandes sehen könnt Und euch von ganzem Herzen An mich wendet Auszug aus der Botschaft des Herrn An Timothy Ich rufe euch heraus Vom 19. August 2010 Aus Trompete Gottes Das sagt der Herr, euer Gott Der Heilige, euer Leben Geliebte Kinder Ich rufe euch heraus Und aus der Mitte der Welt Ziehe ich euch heraus Und schaut Einige von euch haben den Rat schon befolgt Ja, ich rufe euch heraus Aus der Mitte eurer Landsleute Aus der Mitte eurer Kameraden und Verwandten Und aus der Mitte aller, die auf der Erde wohnen Damit ihr getrennt und abgesondert seid in Wahrheit Ein bescheidenes Volk Welches auf den Herrn wartet Mit Freude und Zittern Eine Flamme Ein Licht Eine Leuchte Welche inmitten des dicken Nebels Und der aufkommenden Dunkelheit leuchtet Bis ich komme Doch mein Volk kommt nicht heraus Noch ist es gewillt, abgesondert zu bleiben Denn sie hassen das Zusammensein mit den Bösewichten nicht Und am Tisch der Gottlosen sitzen sie ganz entspannt Sogar in dieser kleinen Herde gibt es solche Die unverändert bleiben Sie halten ihren Becher und seufzen Geliebte, der Herr, euer Gott, hat euch den Weg gezeigt Ich habe diese Lampe vor euren Füssen bereitet Damit ihr in der Dunkelheit nicht stolpert Und in eine Grube fällt Denn die Dunkelheit sinkt herab Dicke Dunkelheit zieht auf Und ist dabei, die ganze Erde zu bedecken Doch in meinem Erbarmen Habe ich eine Leuchte aufgestellt In die Mitte dieses hoffnungslosen Landes Ein Licht, welches bis ans Ende der Erde reichen wird Seht, ich habe für mich Eine silbrige Trompete geschmiedet Und in die Hände meines Wächters platziert Denn die Flammen der Menschen flackern Und sind dabei auszugehen Und die Winde der Verführung Lassen nicht nach Im Gegenteil Sie haben überall auf der Erde Massiv zugenommen Und wie einfach mein Volk In die Irre geführt wird Wie schnell es jedem Wind Der leeren Beachtung schenkt Jeder falschen Erwartung Und arroganten Mutmassung Mein Volk wird laufend weggeführt Denn keiner hat wirklich erkannt Noch ist er dazu in der Lage Alle drehen sich weg in ihren Herzen Und in ihrem Geist sind sie schon entfernt Meine Geliebten entfernen sich von mir Sie klammern sich an die Brust eines anderen Denn den Weg des Herrn haben sie nicht gekannt Deshalb fliessen meine Tränen herunter Und mein Gesicht ist ganz nass vor Kummer Denn ich habe nach meinen Geliebten gerufen Doch ich höre keine Antwort Ich habe meine Stimme erhoben Und zu meinem Volk gesprochen Doch wer ist herausgekommen Um mich zu treffen In meinem Eifer habe ich meine Arme ausgestreckt Um sie zu versammeln Doch wenige haben sich vor der Stiftshütte versammelt Wenige haben dem Ruf Dieser Trompete Beachtung geschenkt Denn da sind viele Die behaupten mir zu dienen Da gibt es viele die sagen Dass sie meine Diener sind Eine grosse Völkerschar Welche den Anspruch erhebt Mein Volk zu sein Und doch nicht mein Volk sind Denn sie beachten weder Gerechtigkeit Noch streben sie danach Das Richtige zu tun Denn ich habe sicherlich über sie geblickt Ich habe meinen Blick auf sie gerichtet Auf alle, die meinen Namen anrufen Ich habe sie durchsucht Und bin durch ihre Reihen geschritten Ich kenne die Gedanken meines Volkes Und die Herzen meiner Auserwählten Sind mir bekannt Denn ich bin ein Gott, der ganz nahe ist Doch ich werde mein Volk reinigen Und meine Auserwählten absondern Ich werde sicherlich sieben Und die Menschen trennen Ich werde eine grosse Spaltung verursachen Auf der ganzen Erde Denn ich bin der Herr Deshalb sagt der Herr Ich rufe meinen Geliebten zu Allen, die Ohren haben und hören Ich rufe euch Drängt euch von dieser Welt In Gedanken und Taten Wodurch ihr eure Liebe zu mir offenbart In allem, was ihr sagt und tut Damit eure Liebe zu mir Für alle sichtbar ist Am Sabbat in mir zu ruhen Und von meinem Segen zu empfangen Meine heiligen Tage zu ehren Und euch daran zu erinnern Damit ihr verstehen könnt Haltet fest am heiligen Bund Und entfernt euch nicht mehr länger Von dem Wort in meinem Gebot Auszug aus der Botschaft des Herrn An Timothy Kommt heraus aus den Kirchen der Menschen Vom 7. Oktober 2010 Trompete Gottes Das sagt der Herr Ich habe tatsächlich eine Linie gezogen Und den Massstab erklärt Ich habe sie in die Mitte Aller Menschen platziert Und keiner wird irgendwie übertreten Nachdem die Zahl erfüllt ist Wenn die erste Auswahl fest steht Denn in den Tagen von Noah Gab es viele Spötter Und viele mit einem vorlauten Mund Die gejolt und gelacht haben Bis zu dem Tag Wo Noah in die Arche eintrat Und die Tür verschlossen war So wird es sein Mit dieser sündhaften Generation Die Tür wird verschlossen sein Und viele werden draussen stehen bleiben Ohne Schutz Ohne Unterschlupf Der sie vor dem harten Regen beschützt Der dabei ist, herunterzukommen Denn seht Ich erzähle euch ein Geheimnis Welches bald bekannt gemacht werden soll Jene, die herauskommen vor der Zeit Die meiner Stimme gehorchen Werden auf diese Seite übertreten Und jene, die ablehnen Bleiben auf der anderen Einer auf dieser Seite Und viele mehr auf der anderen Und jene, die auf diese Seite übertreten Und sich denen anschliessen Die auf dieser Seite bleiben Werden entdrückt und verborgen sein Doch einige werden umgepflanzt werden Und dienen Während jene, die meine Stimme ablehnen Oder sogar gegen mich rebellieren Auf sich selbst gestellt bleiben Auf der anderen Seite der Linie Die der Herr gezogen hat Zurückgelassen Um den Kummer ihres Fehlers zu ertragen Dadurch wird der innere und äussere Hof gemessen sein Und alle, die in dem äusseren Hof gefunden werden Werden sicherlich sterben Denn sie sind draussen zurückgelassen Ohne einen Weg hinein Obwohl sie sich selbst fälschlicherweise Auf der Innenseite wahrnehmen Mit ihrem Rücken gegen die Wand Ihr ganzes Vertrauen In ein Haus setzend Das der Zerstörung übergeben ist Und in Kürze abgerissen sein wird Doch jene, die herauskommen aus ihnen Werden in den inneren Hof eintreten Obwohl sie als Ausgestossene angesehen Und fälschlicherweise als Ketzer bezeichnet werden Von ihren Kameraden Doch diese werden sicherlich leben Und all diesen Dingen entkommen Die ich dabei bin zu tun Denn tatsächlich sind viele gerufen Doch wenige erwählt Sagt der Herr Genauso Amen Deshalb Kommt raus aus ihnen, meine Leute Und übergebt euch mir Kommt heraus aus den Kirchen Und seid abgesondert von den Kirchen den Menschen Berührt nie mehr das Unreine Und ich werde euch empfangen Sagt der Herr Dreht euch nicht mehr länger weg Von meiner Stimme zu eurem eigenen Schmerz Denn die Zeit endet Und die ersten von vielen Müssen genommen werden Sie müssen eintreten Und die Tür muss verschlossen werden Denn das Urteil wird vom Himmel regnen Und die ganze Erde erfüllen Deshalb kommt heraus aus den Kirchen Alle, welche Ohren haben, die hören Beachtet den Klang dieser Trompete Und kommt heraus Denn dies ist tatsächlich die Trompete Gottes Sagt der Herr der Herrscharen Euer Erlöser Auszug aus des Herrnbotschaft an Timothy Urteil und Ernte Vom 24. September 2008 Die Trompete Gottes Das sagt der Herr Blase die Trompete, mein Wächter Denn dieses Wort wird berühmt werden Und alle in deiner Nation Amerika Werden dich zutiefst hassen Und in ihnen wird ein ernstes Brennen aufwollen Doch fürchte dich nicht, Timothy Das sagt der Herr, euer Gott Lasst es bekannt gemacht sein Und geschehen in diesen letzten Tagen Betreffend den Dienern Gottes Den Wächtern Dies sind meine Propheten Die zur festgelegten Zeit geboren wurden Und hinausgesandt Um auf der ganzen Erde hin und her zu laufen Und meine Urteile zu verkünden Diener ohne Preis Sprachrohre des Allerhöchsten Gottes Jene, die sich gegen sie erheben Werden abgeschnitten sein Sie werden in Stücke gerissen sein Denn ich habe einen Mächtigen und Starken Und er ist es, der vor ihnen geht Und der in ihnen wohnt Und er bleibt für immer Ihr rückwärtiger Wachmann Und wenn sich einer, zwei oder drei Einer Stadt gegen sie verschwören Werde ich ihre Häuser Um meines Namens willen zerstören Und wenn eine Stadt gegen sie kämpft Oder versucht Mein gesprochenes Wort zu verbergen Oder zu untergraben Dann wird jene Stadt zu einem Beispiel werden Und zerstört sein Wenn die Natur und die Erde Sich gegen sie erhebt Hört mir jetzt zu O ungläubige und verdorbene Menschen Getäuschte Generation Schadet meinen Gesalbten Und ihr werdet das Beben Meiner Fustritte erleiden Eine Stadt nach der anderen Wird erschüttert und zu Fall gebracht werden Wo auch immer meine Boten auftreten Und mein Wort mit Macht aussprechen Denn ich habe mein Wort in ihren Mund gelegt Deshalb werft keinen Stein auf sie Damit ich nicht eine Vielzahl An Hagelkörnern über euch bringe Entsprechend jedem Stein Den ihr in ihre Richtung geworfen habt Denn dies ist die passende Belohnung Für all jene, die gegen mich kämpfen Sagt der Herr Der Herr hat gesprochen Deshalb beachtet meine Worte Und tut Busse Und ich könnte noch Erbarmen haben mit euch Vor der Zeit Wenn ich meine Kinder entrücke Und all meine geliebten Lämmer wegstehle Ja, selbst aus euren Armen Und aus dem Mutterleib Werden sie genommen sein Ich werde euch unfruchtbar Und trostlos zurücklassen Dies ist die passende Belohnung Für all jene, die mich im Stich gelassen haben Für all jene, die meinen Namen Als einen Fluch benutzen Für all jene, die untätig daneben gestanden sind Während die Kleinen getötet wurden Tag und Nacht Ohne Unterbruch Tut Busse deshalb Heult und jammert Zieht einen Sack an Bedeckt euch selbst mit Asche Denn der Tag des Herrn ist gekommen Schaut, er ist sehr nahe Sogar zehn Tage sorgend und sieben Auszug aus des Herrn Botschaft An Claire Bereitet Pakete vor für eure Lieben Vom 13. März 2015 Jesus begann Es ist sehr wichtig, dass ihr vorbereitete Pakete hinterlässt für eure Lieben Liebe Kinder Wenn diese Nachrichten euch einen Dienst erwiesen haben Möchte ich gerne, dass ihr Kopien davon anfertigt und sie dorthin legt, wo sie gefunden werden können von euren Lieben Wenn ihr gegangen seid Dies ist nur eine Vorsichtsmassnahme, weil die Seiten, die ihr besucht, nicht mehr existieren Könnten nach der Entrückung Jene in Machtposition haben Notizen gemacht Wer eine Gefahr darstellt für ihre Absichten Wenn ihr etwas findet, das euch berührt hat und euch einen grösseren Weitblick schenkte und euch Frieden gab Ladet es herunter Und hinterlegt es irgendwo, wo es gefunden werden kann Sollten wir CDs oder DVDs brennen? Was immer stabiler und passender ist Auch zwei ausgedruckte Kopien wären nicht übertrieben Im Falle, dass der ersten etwas zustösst Die Teufel werden in Eile sein, alles zu zerstören, was heilig ist Und die Menschen instruiert, damit sie jene, die zurückgelassen sind, isolieren können Nun, wir haben PDFs verfügbar Der Link zur Webseite findet ihr unter diesem Video Und wir werden auch in Kürze ein PDF zur Verfügung stellen Welches die komplette Serie Ereignisse, Entrückung, Trübsalszeit enthält Ja, gedruckt ist das Beste Einfach zu lesen und nützlich, wenn es Stromausfälle gibt und das Internet verschwunden ist Was es sein wird für eine längere Zeit, bis die Einrichtungen wieder aufgebaut sind Diese Pakete sollten einen sehr liebevollen Brief beinhalten Haltet euch fern, Schuldgefühle hervorzurufen, was sie entweder wütend macht Oder sie in der Verzweiflung treibt Seid konstruktiv, positiv und hoffnungsvoll Aber ganz besonders, liebevoll Sie wissen ganz genau, dass sie es verpatzt haben Ihr müsst ihnen nicht noch Salz auf die Wunde streuen Vielmehr müsst ihr sie stärken Weil ihre Knie sie kaum stützen werden Lasst eine Art Testament zurück Oder listet auf, wie die Dinge verteilt werden sollen Dies wird ein Argumentieren verhindern Seid fair in der Verteilung Seid speziell nett zu jenen, die es nicht verdienen Eure ganze Aufmerksamkeit zum jetzigen Zeitpunkt Sollte auf ihre Erlösung gerichtet sein Ich bin ein liebender Gott, aber mit meinem Zorn auf der Menschheit Wird es schwierig sein, viele davon zu überzeugen Seid deutlich mit euren Worten, dass ihr ihnen vergebt Bittet auch darum, dass sie euch vergeben Und zählt auf, wie ihr gegen sie gesündigt habt Bittet um Entschuldigung Sie werden diese Gnaden brauchen, um die Vergangenheit zu reinigen Und in die Zukunft zu springen Glaubt mir, es wird ein Sprung sein Der schwierigste Übergang, den man sich überhaupt vorstellen kann Aber ich werde mit ihnen sein Ermutigt sie, ein Busgebet mit vielen Tränen zu führen Und nach meiner Hand zu greifen Ich werde sie geschickt führen und sie liebevoll trösten Aber sie müssen in ein aufrichtiges Gebet eintreten Ja, auf euren Knien zu beten und zu flehen ist sehr effektiv Aber viel besser ist es Eine persönliche, vertraute Beziehung zu haben Und die Hand Gottes festzuhalten Dann folgt der Rest auf ganz natürliche Weise Ich möchte, dass sie wissen, dass ich sie liebe Ich bin mit ihnen Sie haben eine Zukunft, ob sie jetzt sterben Oder durch die Trübsalszeit hindurchgehen Ich möchte, dass sie wissen, dass nicht alles verloren ist Es ist nicht alles zu Ende Nein, ihr Leben ist erst der Anfang Und obwohl es eine Reise voller Gefahren ist Wird sie höchst lohnenswert sein Während sie näher zu mir kommen Und meine Wunder sehen Und die Tiefen meiner Liebe zu ihnen erleben Dies ist etwas, worüber sie ihr ganzes Leben geschlittert sind All die Dinge, die sie in diesem Jahren hätten tun sollen Aber es nicht taten Werden jetzt getan werden In diesem Zeitabschnitt Jene, die ihr Leben verlieren Werden es finden Und jene, die ihr Leben nahe an sich reissen Werden es verlieren Es ist ein Paradox Welches sich um Glauben und Vertrauen dreht Hoffentlich werden die Erfüllungen der Zeichen Und die der Schriften in der Bibel Sie um 180 Grad drehen Aber leider werden einige wählen Im vollen Bewusstsein der bevorstehenden Konsequenzen Ihren eigenen Weg zu gehen Sie müssen noch Lektionen lernen Und irgendwann werdet ihr die wahre Tiefe ihrer Rebellion sehen Und völlig verstehen Warum die Konsequenzen so fatal waren Auszug aus Kapitel 54 des Dritten Testaments Kampf der Weltanschauungen Kirchen und Religionen Ich bereite euch vor Und warne euch im Hinblick Auf die Zeit der Verwirrung der Weltanschauungen Damit ihr euch vom inneren Ringen des Geistes Und der Marte der Gedanken Freimachen könnt Denn alle Weltanschauungen Doktrinen, Theologien, Philosophien Und Glaubensbekenntnisse der Menschheit Werden erschüttert werden Und damit ein Unwetter Versinnbildlichen Einen wahren Sturm des Geistes Auf dessen aufgewühlten Wogen Ihr nach meinem Willen segeln Und obenauf bleiben sollt Bis der Sturm und die Finsternis vorüber sind Ich gebe euch kein besseres Rezept Um diese Prüfung heil zu überstehen Als das Gebet Und die Befolgung meines Wortes Wodurch euer Glaube sich unaufhörlich Gestärkt fühlen wird Jener Kampf der Weltanschauungen Jener Zusammenstoss der Glaubensbekenntnisse Und Ideologien Jene Schlacht ist unbedingt notwendig Damit alle Gebrechen und Irrtümer Die sich auf dem Grunde jedes Kultes Und jeder Institution angesammelt haben An die Oberfläche kommen Erst nach diesem Unwetter Wird eine moralische und geistige Reinigung Der Menschen einsetzen können Denn sie werden die Wahrheit ans Licht kommen sehen Werden sie erkennen Sie in sich fühlen Und werden sich nicht mehr Von Einbildungen und Vortäuschungen nähren können So wie jeder Mensch freiwillig Und ganz für sich Von der lebensutwendigen Wirkung der Sonne Auf seinen Körper Gebrauch macht Weil er erkennt Dass sich auf ihr Licht Ihre Wärme Und ihren Einfluss Das materielle Leben gründet So werden sie vom Lichte der Wahrheit All das verwenden Was sie für die Erhaltung Stärkung Und Erleuchtung ihres Geistes benötigen Dann wird eine vom Menschen Noch niemals empfundene Kraft Wirksam werden Weil sein Leben Sich immer mehr Den wahren Lebensprinzipien anpassen wird Den von meinem Gesetze Aufgestellten Normen Auszu aus Kapitel 55 Des dritten Testaments Reinigung der Erde Und der Menschheit im Gericht Ich habe euch gesagt Das auf die ganze Menschheit Eine sehr grosse Prüfung zukommt So gross, dass es in der ganzen Geschichte Ihrer Jahrhunderte und Zeitalter Nichts ähnliches gegeben hat Jetzt müsst ihr verstehen Dass ich zu euer aller Herzen spreche Euch in vielerlei Formen Botschaften und Warnungen zukommen lasse Damit die Menschen sich besinnen Und meinem Gesetze gegenüber wach sind Wie die klugen Jungfrauen Meines Gleichnisses Werden die Völker Und die verschiedenen Nationen Der Welt auf mich hören? Wird dieses Volk auf mich hören? Dem ich mich in dieser Form kundgebe? Ich allein weiss es Aber meine Pflicht als Vater ist es Auf dem Wege meiner Kinder Alle Mittel zu ihrer Rettung Bereitzustellen Wahrlich, ich sage euch Wenn die Menschen sich in dieser Zeit Nicht von den Flecken reinigen Die sie in ihrem Geist verursacht haben Werden die Naturgewalten Als Herolde kommen Um mein Gericht und meine Herrlichkeit Anzukündigen Und die Menschheit Von jeder Unreinheit zu säubern Selig die Männer, Frauen und Kinder Die, wenn sie die Nähe jenes Gerichtes begreifen Meinen Namen preisen Weil sie fühlen, dass der Tag des Herrn gekommen ist Denn ihr Herz wird ihnen sagen Dass sich das Ende der Herrschaft des Bösen naht Ich sage euch Diese werden durch ihren Glauben Ihre Hoffnung und ihre guten Werke gerettet werden Doch wie viele derer Die in jenen Tagen leben Werden Gott lästern Das Paradies der ersten Menschen Wurde in ein Tal der Tränen verwandelt Und jetzt ist es nur noch ein Tal des Blutes Deshalb wecke ich heute Da ich gekommen bin Das meinen Jüngern gegebene Versprechen zu erfüllen Die Menschheit aus ihrem geistigen Schlafe auf Und gebe ihr meine Liebeslehre Um sie zu retten Ich suche die Geistwesen, die die Bestimmung haben In dieser Zeit meine Kundgebungen und mein Wort Mit ihren Werken zu bezeugen Wenn diese durch mich gekennzeichneten Um mein Gesetz vereint sind Werden die Erde und die Sterne erschüttert werden Und am Himmel wird es Zeichen geben Denn zu diesem Zeitpunkt wird die Stimme des Herrn Von einem Ende der Erde zum anderen gehört werden Und sein göttlicher Geist Umgeben von den Geistern der Gerechten Der Propheten und der Märtyrer Wird die geistige und die materielle Welt richten Dann wird die Zeit des Heiligen Geistes Ihre Vollkraft erreichen Viele Völker sind in den tiefen Abgrund Der Vermaterialisierung gestürzt Und andere sind nachher daran zu stürzen Doch der Schmerz ihres Sturzes wird bewirken Dass sie aus ihrem tiefen Schlafe erwachen Auszug aus der Botschaft des Herrn an Claire Wenn ihr seht, dass der Felsendom zerstört wurde Fallt auf eure Knie Vom 6. Dezember 2015 Jesus begann Die Zeit läuft ab und die Ereignisse nehmen zu Der Feind zieht sich um die Nation von Israel zusammen Du erinnerst dich, was ich dir über das Schlüsselereignis gesagt habe Die Zerstörung des Felsendoms Ja, Herr, das tue ich Wenn ihr dies seht, fallt auf eure Knie Das wird der Anfang der Unannehmlichkeiten sein Wie sie diese Nation niemals zuvor gesehen oder erträumt hat Selbst jene, welche die Ereignisse planen Werden geschockt sein über die Auswirkungen Hab keine Angst, Claire Ich sage es dir im Voraus Hab keine Angst Fallt auf eure Knie und bringt Dank dar Denn eure Erlösung naht Es wird eine Zeit von unvergleichbarem Kummer Und grosser Trübsal sein Nationen werden vor euren Augen auseinanderfallen Und alle Augen werden auf Jerusalem gerichtet sein Da wird keine Zeit mehr übrig sein für Vorbereitungen Überhaupt keine Zeit Nur Gebet, versteht ihr? Geht nicht hinaus, verlasst eure Häuser nicht Fallt auf eure Knie und betet Das heilige Barmherzigkeitsgebet Und das Gebet in meinem Geist Die letzten Tropfen Barmherzigkeit Werden aus dem Kelch der Hoffnung fallen Die allerletzten Tropfen Jene, die sich mir zugewendet haben Werden errettet sein Andere werden durch das Feuer gehen Aber du und deine Familie Deine wahre Familie Meine kostbaren Bräute Die ich unter deinen Schirm gezogen habe Ihr werdet alle versorgt sein Furcht ist völlig nutzlos Nur Gebet und Vertrauen Jesus, ich vertraue dir Wird euch nützen Nutzt es wieder und immer wieder Ich werde mich um eure leiblichen Kinder kümmern Sie werden zu mir kommen Eines nach dem anderen Mich anerkennen und Busse tun Für ihre Sünden Ich komme, ich komme bald Mehr in Teil 5 Die Links zur Webseite und zu den Themen findet ihr unter dem Video Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020